Ahoi, liebe Otter! Wir schreiben heute den 24.09.2017 und wieder einmal haben wir einen Weltuntergang überlebt. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie kann man diesen Voraussagern gar nicht mehr so wirklich glauben, was ich ein wenig schade finde. Heute Morgen bin ich aufgewacht und die Welt drehte sich ganz normal weiter, obwohl ich dachte, dass gestern die Welt untergeht. Aber naja, naja. Der Mensch ist seines eigenen Glückes Schmieds und deswegen denke ich mal, werden wir unseren Weltuntergang jetzt doch selbst vorprogrammieren. Denn die AfD hat momentan 13,89% der Wählerstimmen in Deutschland aktuell. Ganz ehrlich, Leute, was hat euch da bitte schön geritten, die AfD zu wählen? Also, äh, nein. Definitiv nein. Aber ihr wollt es ja nicht anders. Ich hoffe, ihr verschluckt euch da ganz extrem dran. Zumindest wäre das sehr nett, wenn ihr euch an eure eigenen Scheiße verschluckt, die ihr hier fabriziert. Und, ja, Weltuntergangsstimmung. Hooray, hooray. Ich werde mir jetzt eine Runde Nick-Nacks aufmachen, dabei Don't Breathe gucken. Oh, leer. Äh, okay, heute keine Nick-Nacks. Gibt's halt Chips. Okay, irgendwo habe ich bestimmt noch Chips rumzuliegen. Äh, was sagst du dazu, Murphy? Geh, auf, geh! Boop, boop, boop.